Hallo, mein Name ist Ribana Roscher, ich bin Junioprofessorin für Fernerkundung hier an der Universität Bonn und wir beschäftigen uns mit der Analyse von Daten aus diversen Bereichen der Naturwissenschaften. Fernerkundung ist erstmal nichts anderes als das Beobachten von Objekten ohne sie zu berühren und Objekte können zum Beispiel Pflanzen sein, aber auch Städte oder Ozeane auf der Erdoberfläche. Und für die Beobachtung stehen uns eine Vielzahl an Sensoren zur Verfügung, die sogar Dinge sehen können, die wir nicht wahrnehmen können. Hyperspektrale Kameras können zum Beispiel erkennen, wie gesund Pflanzen sind und Radarsensoren können sehen, wie rau unsere Meeresoberfläche ist. Und wenn wir ganz genau hinsehen, dann können wir erkennen, dass wir von Mustern umgeben sind. Und diese Muster erzählen uns sehr, sehr viel über unsere Erde. Und unsere Aufgabe in der Fernerkundung ist es, diese Muster zu erkennen und wiederzufinden und dabei helfen uns Verfahren der künstlichen Intelligenz. Und Sie kennen die schon, wenn zum Beispiel Ihre Smartphone Kamera auslösen soll, wenn Sie lächeln oder wenn Ihnen bei Netflix ein Film empfohlen wird. Ein Beispiel aus der Fernerkundung ist die Erkennung von internen Wellen mithilfe von Satellitendaten. Interne Wellen sind riesige Wellen unter der Meeresoberfläche, die die Ozeanströmungen und somit unser Klima beeinflussen. Für uns mögen diese Wellen recht gut in Satellitenbildern erkennbar sein. Aber wenn man jedoch die komplette Erde möglichst häufig beobachten möchte, braucht man Computerprogramme, die diese Mustererkennung automatisch vollzieht. Eine andere Fragestellung tut sich im Wahlschutz auf. Wenn wir wissen, wann sich welche Wale wo befinden, dann können wir die raumzeitliche Wanderung der Wale rekonstruieren. Wale kann man anhand ihrer Muster auf der Schanzflosse erkennen. Wenn wir uns nun Fotos angucken mit Zeitstempel und Position, was heutzutage fast alle Kameras können, dann können wir deren Wanderung nachvollziehen. Sie lernen also bei uns, wie sie aus der Vielzahl an Sensordaten, die es mittlerweile gibt, Muster erkennen können und wie diese dazu verwendet werden können, um relevante Fragestellungen in zum Beispiel den Umwelt- und Geowissenschaften angehen zu können. Sie werden dabei etwas über Bildverarbeitung lernen, über Sensordaten, wie es zum Beispiel von Satelliten erhoben werden, aber auch künstliche Intelligenz, die uns dabei hilft, die Daten zu analysieren. Was sie dazu brauchen, ist Mathematik und Interesse am Programmieren und viele Sachen, die sie in Biologie oder auch Geografie gehört haben, werden sie sicherlich auch bei uns wiederfinden. Wir hoffen, dass wir sie für Fernerkundungen begeistern konnten und es gibt viele Fragestellungen im Bereich der Erdbeobachtung, die noch nicht geklärt sind und mit den Möglichkeiten der Datenanalyse können sie mit uns daran arbeiten. Vielen Dank!